Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist eine wichtige Grundlage für die Gestaltung einer betrieblichen Altersvorsorge. Es besteht seit 2018 und brachte damals schon wichtige Neuerungen für Arbeitgebende und Arbeitnehmende auf den Weg. Zum 01.01.2022 ist nun die dritte Stufe des Gesetzes in Kraft getreten. Ich bin Müni von transparentberaten.de und erkläre euch in diesem Video die wichtigsten Punkte des Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Am Ende haben wir noch einen Tipp, wie Unternehmen sicherstellen können, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind, was die Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge betrifft. Also bleibt wie immer bis zum Ende dabei. Kurzer Transparenzhinweis am Anfang. Wir sind eine Firma und bieten Tarifvergleiche und persönliche Beratung durch unser deutschlandweites Expertennetzwerk in Sachen Versicherung, Finanzen und Altersvorsorge an. Unsere Berater setzen sich dafür ein, für euch und eure Firma das ideale Produkt zu finden. Besonders stolz sind wir dabei auf unsere hohe Kundenzufriedenheit. Mehr dazu auf transparent-beraten.de Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema, dem Betriebsrentenstärkungsgesetz, kurz BRSG. Zunächst einmal zum wichtigsten Punkt, dem Arbeitgeberzuschuss. Neu ab 2022, Arbeitgebende müssen auch zur bestehenden BAV ihrer Mitarbeitenden einen verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15% zahlen, wenn sie dabei durch die Entgeltumwandlung der Mitarbeitenden selbst auch Sozialabgaben einsparen. Dies haben wir euch in unserem Video zu den Pflichten der betrieblichen Altersvorsorge auch nochmal erklärt, verlinken wir euch hier oben. Bisher war dieser Pflichtzuschuss nur auf Neuverträge ab 2019 beschränkt. Das bedeutet, dass mit dem 1. Januar 2022 die Übergangsfrist für die Anpassung bestehender Verträge endet. Arbeitgebende mussten also in den letzten Jahren mit der Lohnbuchhaltung und den Versorgungsträgern Lösungen für die Anpassung der Verträge ausarbeiten. Auch die Versorgungsordnung muss entsprechend angepasst werden. Für Unternehmen besteht oft das Problem, dass alte Verträge wegen ihres Garantiezinses keine Beitragserhöhungen mehr erlauben. In diesem Fall muss der Zuschuss unter Umständen in einen neuen Vertrag eingezahlt werden, wobei es Mindestbeiträge zu beachten gilt. Eine mögliche Alternative dazu ist die Reduzierung der Entgeltumwandlung um den Zuschuss. Zahlt man als Firma den nun vorgeschriebenen Zuschuss nicht, setzt man sich einem finanziellen Risiko aus, da Arbeitgebende in diesem Fall für die Einbußen der Angestellten haften. Die Ansprüche der Angestellten verjähren hier nicht, da die Verjährungsfrist erst mit Eintritt des Versorgungsfalls eintritt. Soviel zur neuesten Änderung. Doch was sagt das Betriebsrentenstärkungsgesetz noch aus? Das Gesetz trat wie gesagt 2018 in Kraft und brachte eine Reihe von Neuerungen mit sich. Herzstück des Gesetzes war die Einführung des Sozialpartnermodells als sechster Durchführungsweg der BAV. Außerdem traten mehrere steuerrechtliche und arbeitsrechtliche Änderungen in Kraft. Ziel des Gesetzes war und ist, die betriebliche Altersvorsorge auch für Mitarbeitende in kleinen und mittleren Betrieben sowie Geringverdienende attraktiver zu machen. Schauen wir uns mal an, was das Gesetz für Arbeitgebende bedeutet. Eine große Neuerung war die Einführung des Sozialpartnermodells als sechsten Durchführungsweg der BAV. Die Besonderheit des Sozialpartnermodells? Es ist eine reine Beitragszusage möglich. Das Unternehmen haftet somit nicht mehr für die späteren Leistungen. Das Sozialpartnermodell gilt allerdings nur für Tarifvertragsparteien, also Arbeitgebende und Gewerkschaften. Ebenso gilt seit 2018 eine erweiterte Informationspflicht für Arbeitgebende. Die Angestellten müssen nicht nur über die Höhe der Betriebsrente und ihren Übertragungswert, sondern auch über die Auswirkungen des Endes des Arbeitsverhältnisses informiert werden und darüber, wie es mit ihrer Anwartschaft weitergeht. Das kann zum Beispiel durch Einsicht in die Versorgungsverordnung geschehen. Und als letzte wichtige Auswirkung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes für Arbeitgebende wird die BAV von Geringverdienenden bezuschusst, also Angestellten, die maximal 2.200 Euro im Monat verdienen, gibt es Förderung vom Staat. Arbeitgebende müssen dafür einen Zuschuss zwischen 240 und 480 Euro leisten und können im Gegenzug 30 Prozent des Förderbeitrages bei der Lohnsteuermeldung abziehen. Was bedeutet das Gesetz für Arbeitnehmende? Für Arbeitnehmende ist die größte Neuerung, dass sie nun einen Anspruch auf einen Arbeitgeberzuschuss von 15 Prozent haben, sofern das Unternehmen ebenfalls Sozialversicherungsbeiträge einspart und per Entgeltumwandlung in die BAV eingezahlt wird. Und seit 2022 gilt dies nun auch für bestehende BAV-Verträge. Der Arbeitgeberzuschuss ist ein wichtiger Grund dafür, dass sich die betriebliche Altersvorsorge für viele Angestellte überhaupt lohnt. Darüber hinaus profitieren Arbeitnehmende von mehr steuerlicher Förderung. Vor 2018 konnten sie jährlich bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung West steuer- und sozialversicherungsfrei in einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung einzahlen. Auch jetzt sind 4 Prozent sozialversicherungsfrei. Neu seit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz ist, dass das Doppelte, also 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze, steuerfrei eingezahlt werden kann. Bei der schließlich ausgezahlten Rente gibt es mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz seit 2018 auch Freibeträge, bis zu denen keine Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Denn wie wir euch in unserem Video zur Auszahlung der betrieblichen Altersvorsorge erklärt haben, müssen auf die Betriebsrente im Alter Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden. Der Freibetrag sollte ein wenig entlasten. Vor dem Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes wurden Leistungen aus einer zusätzlichen Altersvorsorgung auf die staatliche Grundsicherung angerechnet. Seit 2018 gibt es auch dafür einen Freibetrag, der 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach SGB XII entspricht. So sollen Leute mit Betriebsrente mehr von ihrer zusätzlichen Vorsorge haben. Die aktuellen Werte für das laufende Jahr, also wie hoch die Freibeträge sind und wie viel Steuer- und Sozialabgaben frei eingezahlt werden kann, findet ihr übrigens unten in der Infobox. Und als letzte wichtige Änderung brachte das Betriebsrentenstärkungsgesetz die Möglichkeit einer Beitragsnachzahlung, wenn der Vertrag ruhte. Dies ist beispielsweise bei Elternzeit, Pflegezeit oder bei einem Sabbatical relevant. Oft können aus finanziellen Gründen keine Beiträge zur Altersvorsorge geleistet werden. Seit 2018 können Arbeitnehmende nun zusätzlich zu ihren laufenden Beiträgen steuerfrei Beiträge für die Zeit nachzahlen, in der ihre betriebliche Altersvorsorge ruhte. Dies müssen Sie spätestens im Kalenderjahr nach dem Ende der beitragsfreien Zeit tun. Die Nachzahlung ist für maximal 10 Jahre möglich und für jedes Jahr können maximal 8% der Beitragsbemessungsgrenze nachgezahlt werden. Zusammenfassend, was hat das Betriebsrentenstärkungsgesetz bewirkt? Das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat die betriebliche Altersvorsorge maßgeblich reformiert und sie in vielen Punkten attraktiver gemacht, vor allem für Angestellte. Für diese gibt es nun essentielle Entlastungen wie den Freibetrag für die Krankenkassenbeiträge oder für die Grundsicherung. Arbeitgebende müssen zwar von nun an verpflichtend einen Zuschuss für ihre Angestellten zahlen, werden jede vom Staat gefördert, wenn es sich um einen Geringverdiener handelt. Unternehmen sollten das Betriebsrentenstärkungsgesetz sowie alle gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Änderungen im Zusammenhang mit der BAV stets im Blick behalten. Unser Tipp an dieser Stelle, einen starken Partner an eurer Seite haben, der das für euch übernimmt und für die Firma im Auge behält. Denn nicht jede Änderung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes wirkt sich auf die BAV im Unternehmen aus. Wenn ihr hier Unterstützung braucht, dann wendet euch gern an uns. Wir haben absolute Profis im Haus, die sich mit der betrieblichen Altersvorsorgung bestens auskennen und euch gerne dabei helfen, die BAV in eurem Unternehmen anzupassen, zu optimieren und nötige Änderungen in euer BAV-Konzept zu implementieren. Alles weitere dazu unten in der Infobox. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, welche Pflichten es in der betrieblichen Altersvorsorge gibt, dann schaut euch gern unser Video zu diesem Thema an oder schaut in eines unserer anderen Videos zur BAV. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Habt ihr noch Fragen, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.